Wie sieht eigentlich eine gesunde Social Media Nutzung aus und wie sieht eine Nutzung aus, die vielleicht eher in einen exzessiven Bereich reingeht, die problematisch ist, die mein Wohlbefinden reduziert. Das, was uns suggeriert wird durch die Kanäle, ist immer diese Ausschnitte von tollen Dingen, die woanders passieren. Und darüber können Menschen in sozialen Vergleich reinkommen und dann eben über die sozialen Vergleich, über Neid natürlich auch zum Beispiel negative Emotionen erfahren. Das ist eine der Wirkketten, die zum Beispiel abgebildet wird. Und es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel eine Stunde am Smartphone am Stück bin oder 60 mal eine Minute. Bei 60 mal eine Minute über den Tag habe ich 60 mal die Wechselkosten. Ich mache was, gehe auf das Gerät drauf, komme zurück, fange wieder von vorne an. Ich mache hier was, gehe auf das Gerät drauf, komme wieder zurück, fange wieder von vorne an. Allein die physische Anwesenheit des Smartphones auf dem Tisch. Also wenn du jetzt irgendwas machst und da liegt das Gerät und das ist aus, das ist umgedreht, nicht angeschaltet. Nur der Klotz, der dort liegt, der zieht schon kognitive Ressourcen ab, weil wir schon in der Erwartungshaltung sind. Ja, da könnte was sein. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir eine Industrie haben, die so gigantisch groß ist. Wir reden nicht über das nächste Unternehmen hier um die Ecke. Wir haben hier supranationale Konzerne, die weltweit operieren, wo sich Millionen Menschen, Milliarden Menschen austauschen und die müssen logischerweise nach anderen Spielregeln behandelt werden, als jetzt sehr, sehr kleine Unternehmen, gerade weil die Verantwortung eine ganz andere ist. Auch Mark Zuckerberg, genauso wie Elon Musk und die aktuellen Tech-Juggernauts wissen alle eins, das Datengeschäftsmodell ist das Modell, was denen richtig die Hosentaschen voll macht. Und wenn es das nicht mehr gibt, wie verdienen die ihr Geld? Also Christian, ich habe es jetzt gerade schon im Vorgespräch gesagt. Ich freue mich mega auf das Gespräch. Nicht nur, weil ich selbst jahrelang unter Social Media unbewusst gelitten habe, sondern mittlerweile auch ganz bewusst immer noch ab und zu darunter leide. Also es ist auch bei jemandem, der sich darüber bewusst ist, deswegen nicht gerade gegessen. Und das ist auch das, was ich beim Studieren deiner ganzen Informationen einfach auch nochmal verstanden habe. Es ist mittlerweile ein so populäres Thema geworden. Ich habe vor vier Jahren in meinem Buch darüber geschrieben, du hast bereits zwei Bücher darüber geschrieben. Es gibt etliche Studien, selbst auf Social Media selber schreiben viele Creator, Leute seid nicht so viel auf dem Handy und jeder weiß es eigentlich. Und genau dort sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dadurch, dass wir es alle eigentlich wissen, entsteht so eine Lüge, dass, weil wir es jetzt wissen, wir davon nicht betroffen sind. Und deswegen würde ich die Frage gerne heute starten zu dir. Wie weiß ich überhaupt, ob ich ein Social Media Problem habe? Ja, erstmal, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Toll, dass wir die Möglichkeit haben, uns auszutauschen. Und wir kommen schon direkt mit dem haaregsten Thema um die Ecke, nämlich wie diagnostiziere ich eigentlich eine Übernutzung von Smartphone, Social Media und Co. Und bevor wir jetzt gleich tiefer eintauchen, muss erstmal eins gesagt werden. In der Suchtforschung gab es immer Tendenzen, bestimmte Verhaltensweisen zu pathologisieren. Man hat früher darüber gesprochen, ob Personen abhängig vom Bücherlesen sein können. Es gab eine Debatte später über das Fernsehen. Die Videospiele kamen hinzu. Und wir müssen festhalten, dass wir aktuell lediglich das pathologische Glücksspiel oder die Gambling Disorder und die Computerspielstörung als offiziell anerkannte Störungsbilder kennen. Das heißt, wenn man so in den Katalog zum Beispiel von der Weltgesundheitsbehörde reingeht, dann findet man lediglich die Computerspielstörung oder eben die Glücksspielabhängigkeit als anerkannte Erkrankungen. Das heißt, über all das, was wir heute sonst so reden, über Social Media, vielleicht über Smartphones, da streiten sich die Gelehrten. Also richtig durchaus auch kontrovers im Feld darüber, haben wir hier etwas, was behandelt werden muss, was ein eigenes Störungsbild darstellt oder nicht. Und die oberste Maxime, die wir eigentlich verfolgen im Feld und auch uneigentlich natürlich, ist, wir wollen ja nicht Millionen Menschen ein Problem andichten, was sie gar nicht haben. Das heißt, es gilt, keine Alltagshandlungen zu pathologisieren. Ich finde das ganz, ganz wichtig, am Anfang zu sagen, damit nicht einige jetzt vielleicht irgendwie, wenn sie zuhören, sagen, ja, check, 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 das habe ich doch alles, ich habe ein großes Thema. Das ist momentan eben Bestandteil einer Kontroverse. Unabhängig von der finalen, ich sage mal, Klärung der Frage, ist das jetzt zum Beispiel eine Sucht oder was anderes, ist aber glaube ich relativ klar, und das passt auch so ein bisschen zu dem, Mischa, was du gesagt hast, dass einige Leute sich nicht so richtig wohl mit ihrer Nutzung fühlen. Also, dass es ein zu viel gibt, ohne das jetzt pathologisieren zu müssen, darüber können wir heute sprechen. Und jetzt gehe ich ganz konkret auf deine Frage an, woran kann man Dinge erklären oder erkennen. Es gab sehr, sehr lange die Diskussion darüber, ob jemand smartphone-süchtig sein kann. Und das ist so ein Begriff, den wir eigentlich nicht mehr so gerne mögen im Feld, weil ein Alkoholiker ja nicht flaschenabhängig ist, sondern wir müssen uns über Inhalte eher unterhalten. Also um klar umrissene Apps zum Beispiel, die vielleicht eine überbordende Smartphone-Nutzung treiben können. Da sind wir sehr, sehr schnell beim Social-Video-Komplex. Aber auch wenn das Ganze trivial klingt, ich habe zum Beispiel noch nicht gehört, dass jemand ein Problem hat, übermäßig einen Kartendienst zu nutzen auf dem Smartphone. Das zeigt schon, also wir müssen sehr, sehr klar über bestimmte Inhalte sprechen, die offenkundig zu einer exzessiven Nutzung führen können. Und dann haben wir jetzt die Heranleitung an das Thema Social Media eigentlich schon gebahnt, nämlich eine Riesenindustrie, die Plattformen kreiert hat, die ja darauf abzielen, uns möglichst viel Zeit aus dem Alltag zu stehlen. Dass wir mehr Zeit auf den Plattformen verbringen, als uns eigentlich recht ist, sodass einige Menschen in eine Problemnutzung reinkommen. Und jetzt machen wir es mal ganz konkret. Was könnte das sein? Das ist nicht, wie man das vielleicht denken würde, jetzt erstmal ganz schnöde gesagt eine Stundenzahl. Weil das wirst du wahrscheinlich auch in deinem Beruf untermauern können. Nur weil du viel online bist, hast du nicht ein Problem. Du verdienst damit dein Geld als Influencer über viele Online-Kanäle, dass das eben auch dein Arbeitswerkzeug ist. Das heißt, einfach zu sagen, jemand ist viel online und hat ein Problem, das ist eine Gleichung, die zählt nicht. Übrigens auch in anderen Bereichen. Nein, weil zum Beispiel, wenn du jemanden im E-Sports-Bereich hast, der verbringt auch sehr, sehr viel Zeit online, ist er das direkt computerspielabhängig? Nein. Das heißt, wir müssen uns ganz andere Dinge anschauen. Und das wäre Kontrollverlust. Das heißt, eigentlich will ich reduzieren und mir gelingt das nicht mehr. Das ist das, was momentan als ein Symptom diskutiert wird. Dann zusätzlich, dass so eine Art, also alles dreht sich nur noch um diesen Online-Inhalt. Alles, was ich mache im Alltag, wird dem untergliedert. Was mir vielleicht früher mal sonst Spaß gemacht hat, findet nicht mehr statt. Also eine komplette Priorisierung. Auch auf Bezug aufs Glück, aufs Alltagsglück. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag nicht glücklich bin, weil mein Bild nicht so viele Likes gekriegt hat, würde man das dann auch schon dazuzählen da? Naja, das ist ja die Tätigkeit erstmal, der eine Person nachgeht, um zum Beispiel im sozialen Vergleich gut dazustehen online. Das könnte jetzt so die Jagd nach möglichst vielen Likes sein als eine Erfolgsmetrik. Und wenn das so überwertlich ist im Alltag, dass so alles andere, meine besonders sozialen Beziehungen und und und, immer mehr in den Hintergrund geraten, dann würden wir vielleicht von einer Priorisierung sprechen, die mit Problemen assoziiert ist. Dann haben wir ein drittes Kriterium. Und übrigens das, was ich gerade sage, das ist eigentlich die Diagnostik für die Computerspielstörung, die man jetzt versucht eben auch über die, für die exzessive Social Media Nutzung möglicherweise anzuwenden. Das wäre, ich mache weiter mit meinem exzessiven Verhalten, obwohl schon die Einschläge da sind. Wir stellen uns mal jemanden vor, der vielleicht bis tief in die Nacht in seinem Feed drin hängt oder in ihrem Feed und die ganze Zeit was postet, sich online verliert. Und dann ist es auf einmal zwei Uhr nachts und morgens höre ich den Wecker nicht und verpasse einen super wichtigen Termin. Und was lerne ich daraus? Gar nichts. Ich mache weiter. Also dann so eine gewisse Unbelehrbarkeit. Und ich sehe eigentlich schon, die Einschläge sind da, aber ich mache nichts daraus. Ich bleibe bei meinen Gehaltensweisen. Und dann gibt es so im Kleingedruckten bei der WHO für die Computerspielstörung noch einen Faktor, der diskutiert wird. Und ich glaube, der ist auch, wenn dieses Rahmenwerk für die Übernutzung von Social Media anzuwenden wäre, total wichtig, dass es funktionelle Beeinträchtigungen gibt. Das heißt nochmal, wir wollen ja keine Alltagshandlungen pathologisieren, sondern wenn jemand so ein schweres Suchtlabel bekommt oder Störungslabel, dann muss auch was passieren. Und das wäre in dem Fall, dass eine romantische Beziehung kaputt geht. Ich setze mein berufliches Fortkommen massiv aufs Spiel durch mein exzessives Verhaltensmuster. Und erst wenn das alles zusammenkommt, würde man hier dann von einem Störungsbild sprechen. Aber wie gesagt, bei der Übernutzung der sozialen Medien sind wir noch nicht so weit. Und ich glaube, was wir heute machen, ist auch eher vielleicht über den Graubereich zu sprechen, in dem sich ja viel mehr Menschen möglicherweise auch befinden, die uns jetzt zuhören. So dieses, bin ich schon wieder drauf, dieser Automatismus, der greift. Und dass ich eigentlich weiß, ich wollte doch mal eine Zeit anders verbringen. Und jetzt habe ich wieder Zeit verplempert. Das ist jetzt nicht direkt etwas, was pathologisch ist, was aber im Alltag natürlich auch nerven kann. Ja, also ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sprechen und auch von den ganzen Kunden, mit denen ich arbeite. Wenn es wirklich einen Trend gibt, dann ist es dieser Vergleich, den man nicht mehr abschalten kann. Also theoretisch, wenn man mal guckt, vor ein paar hundert Jahren, da waren wir in unserem Dorf schnell mal in irgendeinem Bereich eine kompetente oder vielleicht sogar die kompetenteste Person. Und mittlerweile kann ich mich mit der ganzen Welt vergleichen. Und ich werde immer jemanden finden, der mich inkompetent dastehen lässt, innerhalb von Sekunden. Oder eben nicht so schön oder nicht so muskulös oder nicht so intelligent oder nicht so erfolgreich. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, persönlich, wenn du da vielleicht auch nochmal bei dir reinfühlst. Aber wenn ich jetzt auf eine Story gehe, selbst von Freunden, nach einer halben Stunde kommt irgendwo eine FOMO oder ein Vergleich. Und es ist nicht so, dass ich sage, eben es ist eine pathologische Geschichte, dass ich jetzt irgendwie deswegen depressiv werde. Aber es verstärkt auf jeden Fall meine Unzufriedenheit. Also mir ist es ganz bewusst geworden. Und das hat ja schon auch irgendwo auf das Kollektiv einen krassen Einfluss, dass wir alle sozusagen uns schon nur ein bisschen unzufriedener fühlen. Das muss ja auch irgendwo, also schwer einzurechnen wissenschaftlich, aber hast du da vielleicht noch so eine Perspektive? Ja, es gibt einen Forschungsbereich, alles rund um Social Media, wo man sich erstmal ganz grob mit der Frage beschäftigt, wie sind die Zusammenhänge zwischen der Social Media Nutzung und Wellbeing, so Wohlbefinden als etwas unscharfen Überbegriff. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Wohlbefinden zu messen. Also in der Glücksforschung im Feld fragt man entweder die Leute, wie zufrieden bist du mit deinem Leben. Das ist eher so eine kognitive Herangehensweise, weil wenn ich die Frage gestellt bekomme, wie zufrieden bist du mit deinem Leben, dann fange ich so relativ nüchtern, darüber nachzudenken, anfangen nachzudenken, was mir so alles erfährt und wie es mir vielleicht ökonomisch geht und wie es meiner Familie geht, meiner Gesundheit. Aber das ist ein wenig emotionaler Zugang, das ist eher so eine Ratio, die da passiert. Dann kann man Leute aber auch fragen, guck mal, wie viel hast du in den letzten vier, fünf Wochen, wie viel hast du gelacht, getanzt, geweint? Also dass man sehr, sehr schnell auf das emotionale Leben abzielt. Und es gibt also unterschiedliche Wege, eben Wohlbefinden zu messen. Man könnte natürlich auch die Schattenseiten messen, direkt fragen, bist du, nagst du zur Depression, nagst du zur Angsterkrankung? Das wäre dann die Care-Seite. Und das wird so im Feld ein bisschen als die Jingle-Jangle-Fallacy dargestellt, weil das hat irgendwie alles was damit zu tun, mit dem Wohlbefinden komplex, aber ist natürlich nicht dasselbe. Und jetzt sind wir in einer ganz guten Lage, dass wir schon wirklich viele, viele Studien haben, die geguckt haben, okay, wie sieht dein Nutzungsmuster aus? Entweder eine Anzahl von Stunden oder dass man die Leute direkt fragt, sag mal, wie wir das eben gesagt haben, hast du Kontrollverlust, wenn du die Nutzung von Social Media nachgehst und und und. Und da sieht man erstmal, wenn man einfach guckt, Länge der Nutzung passend zu dem Eingangsgesagten und dann zum Beispiel Glück, Wohlempfinden. Da gibt es, wenn überhaupt, sehr schwache Zusammenhänge. Das heißt, ja, wenn die Nutzung sehr lang wird, dann ist das Glück ein bisschen reduziert. Das heißt aber nicht, dass es jetzt Menschen gibt, die wir identifizieren können, die aufgrund ihrer Social Media Nutzung unglücklich werden. Weil das sind Statistiken über tausend von Menschen. Das sagt jetzt erstmal nur, und das wissen wir mittlerweile, wir brauchen einen personenzentrierten Ansatz. Und ich möchte das jetzt wieder zurückführen zu den sozialen Vergleichen, die du gesagt hast oder ins Feld geführt hast. Es gibt die Diskussion im Feld darüber, wie sieht eigentlich eine gesunde Social Media Nutzung aus und wie sieht eine Nutzung aus, die vielleicht eher in einen exzessiven Bereich reingeht, die problematisch ist, die mein Wohlbefinden reduziert. Und da wissen wir mittlerweile, dass es mehrere Dinge zu berücksichtigen gibt. Das, was die Nutzungsbooster betrifft, ist eine der gängigen Hypothesen aktuell, dass die passive Form der Social Media Nutzung eigentlich die Form ist, die wahrscheinlich eher negativ ist. Warum? Ich hänge da drin, ich konsumiere nur noch, ich gucke mir an, wie grün die Wiese woanders ist und vergleiche mich mit meinem kleinen Leben und denke so, oh mein Gott, was der Misha da die ganze Zeit postet, der muss ja immer die allerbeste Zeit haben. Die sehen aber natürlich nicht, dass du auch einen Alltag hast und zwischen den Postings vielleicht auch Dinge passieren, die jetzt gerade nicht so Bombe sind. Aber das, was uns suggeriert wird durch die Kanäle, ist immer diese Ausschnitte von tollen Dingen, die woanders passieren. Und darüber können Menschen in einen sozialen Vergleich reinkommen und dann eben über diesen sozialen Vergleich über Neid natürlich auch zum Beispiel negative Emotionen erfahren. Das ist eine der Wirkketten, die zum Beispiel abgebildet wird. Also ich finde das, was du jetzt gerade gesagt hast, sehr spannend, auch nochmal eben zu verstehen, dass es da so Fragen gibt, so wie, hey, bin ich die letzten vier Wochen mal in der Natur gewesen oder habe ich mal getanzt oder habe ich mal wirklich mit einer Person eine Umarmung genossen? Weil das ist jetzt etwas, was jeder für sich mal hinterfragen kann. Und wenn das alles ein Nein wäre, dann wäre es für mich eine ganz klare Indikation, so hey, vielleicht bist du wirklich zu viel auf dem Handy, weil das sind ja die Sachen, die uns als Menschen nachweislich in unserer Biologie fehlen, wenn wir sie lange genug nicht haben. Deswegen finde ich das sehr spannend, auch nochmal auf das, was du gesagt hast, dass eben der Konsument in der Regel doch auch eher darunter leiden könnte, also der Dauerkonsument. Wo ich aber auch als Produzent, also als jemand, der auch aktiv produziert, auch bei mir so eine Tendenz wahrgenommen habe und das ist etwas, das kann ich natürlich jetzt auch nicht quantifizieren, aber vielleicht hast du das auch schon mal mitgekriegt. Das ist so wie die Dotcom-Bubble oder die Krypto-Bubble, also im Sinne von, wenn alle Leute gleichzeitig irgendwie etwas hypen, dann entsteht so etwas, was aber eigentlich gar nicht so groß ist, wie es ist. Und genauso habe ich das Gefühl, dadurch, dass alle, die produzieren, immer nur das zeigen, was sie können oder im Sinne von ihre Erfolge teilen oder zum Teil auch etwas hypen, haben automatisch alle anderen, die auch etwas produzieren, das Gefühl, boah, ich muss das auch schaffen, ich muss auch diese krassen, diesen Hebel erzeugen. Und dadurch entsteht auch so eine Art Leistungs-Bubble, also ich merke immer wieder, dass ich zum Teil mich übernehme mit meinen Zielen, weil ich das Gefühl habe, das muss doch gehen, weil andere haben das ja auch so geschafft. Und dadurch entsteht dann immer im Nachhinein so ein Gefühl von, boah, ich bin gerade am Limit und muss mich jetzt wieder zurücknehmen und wirklich auf mich hören. Also ich habe das Gefühl, dass diese Bubble auch so eine Art Intuition-Killer sein kann für seine eigenen Leistungsgrenzen, auch als Produzent. Ich habe zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke, das ist übrigens, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Forschungsfrage, die ja unzureichend nachgegangen worden ist, nämlich Leistungsdruck bei KreatorInnen, also ein richtig großes Thema, gerade gepaart mit der Algorithmisierung. Also es ist ja immer die Frage, die du dir vielleicht auch schon gestellt hast oder natürlich andere, warum fliegen bestimmte Posts, bestimmte Storys, warum kriegen die eine extrem große Reichweite? Das ist gerade bei TikTok auch nochmal aufgekommen, wo sich natürlich selbst die Tech-Industrie, also Meta sich die Frage stellt, was hat TikTok da offenkundig irgendwie so viel besser gemacht, dass TikTok mit dem Algorithmus sehr, sehr schnell lernt, was die Vorlieben von den Nutzenden sind und dann eben eine Personalisierung sehr erfolgreich ausrollt. Und auf der anderen Seite, dazu gehörst du natürlich in deinem Beruf auch, ist ja genau die Frage, habe ich das System verstanden? Und wie muss ich bestimmte Inhalte vielleicht verpacken? Welche Buzzwords fallen? Welcher Emotionalisierungsgrad ist wichtig, um eben Reichweite zu bekommen? Und ich glaube, das erzeugt eben bei sehr, sehr vielen, ich habe das nur mit einzelnen Leuten gesprochen, aber ich höre es immer wieder, einen sehr, sehr großen Stress. Und in dem Zusammenhang ist ein zweiter Gedanke wichtig und der hat meines Erachtens damit zu tun, nochmal zu hinterfragen, Wie gelingt es mir eigentlich, meine Kreativität aufrechtzuerhalten? Das ist bei allen Kunstschaffenden, bei Menschen, die Inhalte produzieren, bei KreatorInnen ein sehr großes Thema. Wie kann ich was Neues schaffen? Und jetzt kommt was ganz Interessantes ins Spiel. Es gibt in der Kreativitätsforschung einen Zweig, der sich damit beschäftigt, zu untersuchen, wie sieht der Zusammenhang aus zwischen Kreativität und den Gedanken nachhängen. Also das ist ein Konstrukt, das nennen wir Mindwondering. Und eine Voraussetzung für Mindwondering ist natürlich, dass ich nicht am Handy hänge, sondern dass ich einfach mal meinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Bei mir ist das Waldspaziergang und mal in Ruhe abtauchen. Und das ist jetzt nicht etwas, wo wir so aktiv wirklich über Dinge nachdenken, sondern einfach mit uns mal alleine sind. So, mal die Umgebung auf uns wirken lassen. Das kann auch beim Autofahren sein, wenn ich irgendwie da an der Ampel stehe und meinen Gedanken schweifen lasse. Und was jetzt hochspannend ist, dass gut gemachte experimentelle Arbeiten zeigen, dass wenn ich meinen Gedanken freilauf lasse, dass dadurch auch Kreativität entsteht. Und jetzt haben wir meines Erachtens einen fundamentalen Clash. Wir haben nämlich auf der einen Seite eine Industrie, die will, dass wir jede freie Minute auf der Plattform verbringen. Also wir halten es ja teilweise mit uns alleine gar nicht mehr aus. Also ich gehe zur Bushaltestelle und weiß, dass ich da jetzt gleich mit mir alleine bin und antizipiere eigentlich schon die Langeweile und habe schon das Gerät in der Hand. Das ist automatisiertes Verhalten. Und damit reduziert sich natürlich die Nettozeit, die ich mal über den Alltag nachdenken kann und dann denke, Moment mal, ich habe ja noch das Thema offen und das und mache von A und B, mache ich C. Reduziert diese Art des Mindwanderings und natürlich auch die Gelegenheiten, wirklich kreativ zu sein. Das heißt, wir, glaube ich, hier einen Clash haben vom Datengeschäftsmodell, der Industrie- oder Überwachungskapitalismus, wie das schon scheinbar Subauf gesagt hat, und unseren eben Möglichkeiten, uns auch auszudrücken und mal Zeit für uns zu haben, um wirklich auf gute Gedanken zu kommen. Ja, genau. Es ist diese Kunst des Nichtstuns, die entsprechend dann auch wieder zu neuen Gedanken und schöpferischen Sachen führt und gleichzeitig eben auch die Hilfe, die man halt nicht vernachlässigen kann, dass man überhaupt gute Impulse ja auch kriegt und die dann in das Verhältnis zu setzen. Das würde mich jetzt nochmal so ein bisschen zu dieser allgemeinen Frage bringen, weil eben nur durch das Studieren deines eigenen Contents kann ich sagen, dass es mir zumindest so den Eindruck macht, als wäre deine Meinung, dass wir gerade heute also noch nie so ein großes Problem hatten wie jetzt gerade. Und deswegen ist so ein bisschen so meine Frage, wie könnte es überhaupt rückwärts gehen von hier? Also wie können wir überhaupt durch dieses bewusste Thema, aber eben auch durch ganz konkrete vielleicht Empfehlungen oder sogar Regeln, vielleicht irgendwann sogar einen Führerschein? Also ist es wirklich so, dass wir gerade Stand heute auf dem Höhepunkt dieser Sache sind oder wie siehst du das? Also wir sind natürlich noch nicht auf dem Höhepunkt. Warum sage ich das so lapidar? Weil wir noch keine hundertprozentige Vernetzung von Menschen rund um den Globus haben. Das heißt, auch die sozialen Medien werden weiter wachsen. Wir haben noch keine hundertprozentige Internetpenetranz, wie wir das nennen, rund um den Globus. Und momentan, um das mal so abzubilden, gehen wir davon aus, dass ca. 4 bis 5 Milliarden Menschen, das natürlich eine enorme Summe ist, auf den sozialen Medien unterwegs sind und eine ähnliche Zahl an Smartphones besitzt. Übrigens, das ist ja nicht zufällig, die Smartphone-Revolution ging Hand in Hand mit der Social-Media-Revolution einher. Und das sind durchaus auch interessante Beobachtungen, dass sich ja Apple und Meta sehr lange sehr gut verstanden haben, weil sie ihre Business-Cases ergänzen konnten. Und mittlerweile hat man sich dann doch nicht mehr so lieb, muss man sagen, weil natürlich Apple jetzt eben auf Privacy macht, auf App-Tracking erschwert und und und, sodass sich die Konzerne nicht mehr so mögen. Aber erst mal war das etwas, was Hand in Hand gegangen ist über viele Jahre. So, und jetzt kommen wir zu einer, ich glaube, einer fundamentalen Frage. Und da möchte ich nochmal einen Schritt zurück machen. Wenn wir eine Ursachenforschung machen, um zu verstehen, wo wir jetzt sind, also warum sind 5 Milliarden Menschen knapp auf den sozialen Medien unterwegs, dann ist dir erstmal, glaube ich, eine wichtige Frage zu klären, was ist dort eigentlich so attraktiv? Wir haben eine sehr mächtige Theorie im Feld, die kommt aus der Kommunikations-Schrägschicht-Psychologie-Forschung. Das ist die Nutzen-Gratifikationstheorie, ein sehr sperriger Begriff. Man kann es aber relativ einfach runterbrechen, zu sagen, na ja, es gibt bestimmte Grundbedürfnisse, die die Nutzung von Technologie befriedigt. Und wenn wir zwei jetzt mit einer tollen Idee um die Ecke kommen würden, würden wir sagen, wir haben eine ganz neue Technologie und wir wollen, dass sie erfolgreich ist. Wenn wir dieses Grundprinzip nicht berücksichtigen, dass wir uns also die Frage stellen, welches Grundbedürfnis wird das technologische Produkt bei Menschen befriedigt, dann wird es wahrscheinlich nicht fliegen. So, und die zentralen Grundbedürfnisse, die sozialen Medien befriedigen, das eine steckt schon im Wort drin, ist das Grundbedürfnis sozial im Austausch, auch wenn wir wissen, dass das nicht immer leicht ist über diese Kanäle, dann das Grundbedürfnis eben, wir nennen das hedonisch, also dass wir uns nach Unterhaltung, dass wir dort Spaß haben, erklärt, warum irgendwelche Katzenvideos viral gehen. Und dann haben wir, dürfen wir nicht vergessen, dass die sozialen Medien ein Werkzeug sind. Also das wäre die utilitäre Form der Nutzung. Wir können die sozialen Medien einsetzen, um beruflich Dinge zu promoten, um uns auszutauschen. Das ist ein, wenn man es sinnvoll einsetzt, und das weißt du besser als die meisten, hast du natürlich einen sehr, sehr großen Hebel und Einfluss, um auch bestimmte Botschaften zu verbreiten. Und das alles macht erstmal die sozialen Medien extrem attraktiv. Und ich finde, das muss man auch sagen, Social Media is here to stay. Also das ist relativ klar. Ich glaube nicht, dass wir eine Abkehr von den sozialen Medien in naher Zukunft sehen werden. Dafür sind sie zu attraktiv für viele Menschen. Das gesagt aber, es gibt Schattenseiten, über die wir schon die ganze Zeit reden. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir in eine gesündere Form der Nutzung rein. Und ich glaube, es gibt zwei Bereiche, über die wir sprechen können. Das ist der eine Bereich, was kann das Individuum tun. Darüber würde ich aber erst am liebsten später sprechen. Denn das suggeriert nämlich immer sehr, sehr schnell etwas, was der Tech-Industrie gut in den Kram passt. Hey, Nutzende, ihr müsst euch ändern. Wir müssen uns nicht ändern. Und ich möchte dafür ein Beispiel geben. Die Industrie hatte kurz vor der Pandemie so eine Art Initiative gegründet. Das war ein loser Verbund von Produkten, die dann so zeitgleich irgendwann erschienen sind, ohne dass ich das jetzt als großes Movement darstellen will. Aber es wurde zum Beispiel als die Time Well Spent Initiative von Facebook damals auch zum Beispiel so in die Medien getragen. Und da hat man damals gesagt, guck mal, wir haben jetzt was ganz Tolles für euch Nutzende. Ihr könnt jetzt sofort auf Instagram gehen, auf Facebook und ihr könnt euch einen Timer einstellen und sagen, ich will jetzt heute nicht länger als eine halbe Stunde da drauf sein. Und dann kriege ich eine Information, sagt sie, die Zeit ist um. Das kennen wir auch irgendwie, auch wenn es Smartphones sind, mit der Screen Time und ähnlichen Dingen, die dann alle in dem Jahr dann rausgekommen sind. So, und da kann man sich ja sagen, ja, das ist hier toll für eine Tech-Industrie, dass die uns so einen wirklich fantastischen Service anbieten. Aber dieser Service, ganz ehrlich, ich habe noch keine Studie gesehen, der zeigen würde, dass das A funktioniert. Weil ich glaube, das Verhalten ist so automatisch, dass die meisten Leute das wegskippen. Und die Industrie hat damit aber eins erreicht. Sie haben nämlich ein Narrativ aufgebaut. Und das ist ein ähnliches Narrativ, was wir aus der Nikotin- und Alkoholindustrie kennen. So, wir haben jetzt das getan, was man tun muss. Wir haben euch aufgeklärt. Ihr habt jetzt hier einen tollen Wecker. Wir sind draußen. Das ist eigentlich das, was dort mitschwingt. Und es ist nicht, dass an der Ursache gearbeitet wird, dass wir gesündere soziale Medien sehen werden. So, gesündere soziale Medien, was sind das? Das sind meines Erachtens, müssen das Produkte sein in der Zukunft, die es nicht darauf abzielen, unsere Online-Zeiten zu verlängern. Und wenn man der Logik folgt, dass die Industrie über viele, viele Jahre AB-Testen gemacht hat, um immer zu gucken, neues Design-Element einbauen, wie können wir noch mehr Zeit eben von den Nutzenden irgendwie auch rausleiern, damit sie schön die ganze Zeit bei uns sind, damit sie mir Datenspulen hinterlassen, damit wir unsere Eyeballs auf der Werbung haben, dann ist schon relativ klar, dass nur eine Abkehr vom Datengeschäftsmodell dazu führen wird, dass wir, das ist zumindest meine Auffassung, gesündere soziale Medien sehen. Das heißt aber natürlich auch im Umkehrschluss, dass wir für soziale Medien in irgendeiner Form anders bezahlen müssen. Momentan sind sie ja zumindest kostenlos, das stimmt natürlich nicht, wir zahlen mit unseren Daten unsere Aufmerksamkeit. Aber soziale Medien kann es nicht vom Sonst geben. Da gibt es Content-Producer, da gibt es natürlich Content-Moderation, die kostet sehr, sehr viel Geld, dass man den ganzen Dreck aus dem Netz auch rausfischt, was die KI heutzutage noch nicht perfekt kann. Es braucht Leute, die Server farmen, wir wissen, wie teuer Energie ist und und und. Das heißt, diese Produkte kann es nicht vom Sonst geben. Und dann müssen wir uns über Alternativen der Finanzierung unterhalten. Und natürlich jetzt nicht, wir bezahlen nicht für das Produkt, was wir jetzt sehen. Wir würden bezahlen für ein ganz neues Social Media, in dem eben bedeutungsvoller Austausch möglich ist, wo Design-Elemente nicht mehr verbaut werden, die es einfach auf das Engagement abzielen, auf das ständige auf der Plattform rumhängen. Das, wo Privacy-Privatsphäre großgeschrieben würde, wo Missinformationskampagnen endlich mal in den Griff bekommen, also reduziert werden. Für diese Art der sozialen Medien würden wir dann bezahlen. Und das entweder zum Beispiel über einen Abo-Service, was man sich denken kann, oder eine andere Möglichkeit ist. Das finde ich auch eine hochspannende Diskussion. Sind die sozialen Medien nicht so wichtig bei uns im Alltag, wenn schon 5 Milliarden da auf dem Globus fast unterwegs sind, dass sie so etwas wie ein Public Good sind, ein öffentliches Gut. Und dann reden wir gar nicht mehr darüber, dass die sozialen Medien in den Händen von Privatunternehmen werden. Ja, das sind alles sehr spannende Ideen. Das ist ja auch der Grund, warum ich immer mal wieder so brainstorme, was müsste für eine App kommen, die eventuell auch Meta, Facebook, Instagram ablösen könnte. Und irgendwo sehe ich zwar diesen Bedarf, aber ich sehe auch gleichzeitig, dass es rein von dem, was ich so weiß, über mein eigenes Dopaminsystem, hat einfach nicht funktionieren kann. Weil am Ende des Tages will der Mensch, wenn wir uns jetzt mal auf unsere Neurobiologie, Neurochemie, das, was sich gut anfühlt. Also das will ich. Ich will das, was sich in dem Moment gut anfühlt. Und was ich zum Beispiel auch so krass finde, das ist jetzt nochmal so ein Level, das dazukommt. Elon Musk kauft Twitter. Und plötzlich mache ich Facebook auf und ich sehe, dass Elon Musk und Mark Zuckerberg darüber reden, einen Boxfight oder einen UFC-Fight zu machen. Direkt auf der ersten Seite. Und weißt du, das ist so, ich habe das Gefühl, wir kommen langsam in so einen Film rein. Also wirklich so, als wären wir gerade in einer Netflix-Doku oder in einem Netflix-Film. Also alles zieht mich selbst auch so rein in dieses Ding. Nicht nur die Technologie, sondern auch, was da immer mehr jetzt kommt. Leute, die miteinander boxen, CEOs, wo man das Gefühl hatte, hey, vor ein paar Jahren waren die noch so ein bisschen so, es ist im Hintergrund und jetzt sind die auf Podcasts unterwegs und machen da ganz komische Sachen. Das hat ja auch irgendwo, also irgendwo hat ja Social Media unser komplettes Verhalten und wie wir entsprechend auch diesen Thrill suchen, verändert. Also das ist eben dieses Hedonistische, was ich so das Gefühl habe, wer das einfach am geilsten spielt, der wird halt auch immer wieder die Eyeballs kriegen, oder? Ja, da liegt natürlich schon was drin. Man sagt ja auch immer irgendwie, die Industrie hat Brain Hacks gefunden. Wir haben ja eine sehr neurowissenschaftliche Sprache oder Dopaminträger und ich bin Psychologe und Neurowissenschaftler und mache auch durchaus einige bildgebende Studien des Gehirns, indem wir versuchen eben, Social Media aus Sicht der Hirnforschung zu verstehen. Und da muss man sagen, für diese ganzen Begrifflichkeiten gibt es nach wie vor relativ wenig Evidenz, weil es einfach zu wenig Studien gibt, die sich tatsächlich mit neurowissenschaftlichen Methoden da nähern. So, aber das war nur ein kleiner Schwank. Ich komme jetzt mal wieder direkt auf das Gesagte zurück. Ja, dass Mark Zuckerberg und Elon Musk natürlich wissen, wie Attention Economy funktioniert, ist nicht überraschend, dass sie ihre Plattform dazu nutzen, eben maximale Reichweite zu bekommen, auch nicht. Ich glaube trotzdem, dass nicht Hopfenmalz verloren ist. Denn wir haben mehrere Bewegungen, die jetzt so schleichten kommen, aber einen Unterschied machen können. Wir leben ja hier in der EU und haben keine großen Plattformen, wie wir alle wissen, also ein großes Thema. Und in der EU wird es so sein, dass wir ja seit kurzem den Digital Markets und Digital Services Act haben. Für diejenigen, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, das ist ein hoffentlich scharfes Schwert, was die EU ausgegeben hat, um die Tech-Industrie zu regulieren. Regulierung heißt hier mehrerlei Dinge. Zum einen geht es darum, dass man die Industrie ganz klar auffordert, Konzepte zu erarbeiten, um zu zeigen, wie Jugendschutz groß geschrieben wird. Also ein sehr, sehr großes Thema, um vulnerable Gruppen von sozialen Medien und vor allen Dingen gerade die negativen Seiten der sozialen Medien zu schützen. Es geht aber auch darum, dass man attraktive Angebote auch im Tech-Bereich überhaupt groß machen kann. Und was ich jetzt nicht glaube, und das höre ich auch so ein bisschen bei der Skepsis raus, können andere Angebote überhaupt erfolgreich sein. Ich glaube nicht, dass wir von Tag, von heute auf morgen einfach andere Produkte haben, die jetzt Instagram oder irgendwas ablösen werden. Nein, dafür sind die zu groß. Sind die auch zu convenient, die Produkte? Das ist etwas, was man sehr, sehr schnell vergisst. Und ein kleiner Ausflug, als Elon Musk Twitter übernommen hat, wie viele Leute haben sich mal Mastodon angeguckt als Twitter-Alternative. Die meisten sind aber draufgegangen und haben gesagt, hey, ich verstehe gar nicht, was ich hier machen muss. Erstmal einen Server auswählen. Ah ja, ist dezentral. Okay, aber welchen nehme ich denn jetzt? Und und und. Dann war das vom Look und Feel und von allem alles sehr nerdig. Und das ist eben für viele Nutzende der Schritt zu viel vom Aufwand, die die gar nicht machen wollen. So das ist Convenience. Und Convenience ist einer der Faktoren, der erklärt, warum viele Menschen, obwohl sie es eigentlich wissen, dass das nicht gut ist, dort die ganze Zeit zu sein und die Daten alle abzulassen. Fühlt sich einfach geil an. Privatsphäre ist anderen ja auch und ist einfach einfacher zu nutzen. Jetzt sage ich trotzdem, warum gibt es überhaupt die Chance, dass alternative Produkte groß werden können? Wir haben in Deutschland haben wir zum Beispiel öffentlich-rechtliches Fernsehen, das man auch kritisieren kann. Das haben wir ja gerade in der deutschsprachigen Presse in den letzten Jahren auch mit einigen Skandalen verfolgen müssen, dass dort mit den Geldern auch nicht sinnvoll umgegangen wird und dass man sich immer fragt, wird wirklich der Auftrag, dass wir ein vielfältiges, buntes Fernsehen haben, wird das aufgrund der Gebühren so gelebt, wie man sich das vorstellt. Aber wir haben öffentlich-rechtliches Fernsehen und dort kriegt man immer noch, finde ich, sehr seriöse Inhalte transportiert, Nachrichten, die ja auch eine Form der Kuration sind, wo einfach mal ein Team dort sitzt und überlegt, was ist heute in der Welt wichtig, über was wir berichten. So und in dem Zusammenhang gibt es natürlich viele Talkshows. Und dann gibt es ja Hart aber Fair zum Beispiel, das macht man dann so abends an. Dann sitze ich so als deutscher Fernsehenzuschauer und schaue mir ein Programm an, das ist öffentlich-rechtlich bezahlt, also durch meine Kohle auch mitfinanziert. Und jetzt will ich aber in der Sendung, will ich vielleicht über deutsche Politik jetzt mit den Gästen diskutieren. Macht man über die sozialen Medien. Was wird dort präsentiert? Die amerikanischen sozialen Medien. Das heißt, ich kann dann über amerikanische Social Media in dem bereits von mir mitfinanzierten öffentlich-rechtlichen Fernsehen diskutieren. Das finde ich extrem merkwürdig. Das ist ein gutes Beispiel, wo wir zum Beispiel eine öffentlich-rechtliche Social Media Plattform groß machen könnten, die mir sagen, in dem öffentlich-rechtlichen Raum, der bereits finanziert ist, dürfen nur öffentlich-rechtliche soziale Medien stattfinden. Das hätte nämlich dann, glaube ich, zur Konsequenz, dass sich alle zumindest auf dem Smartphone noch die nächste App runterladen und sagen, ich probiere die mir aus und das ist jetzt eine Alternative. Wo ich dann einfach mal gucke, okay, ist das ein besseres Produkt? Ach, das ist aber vielleicht von der Privatsphäre besser und und und. Dann geht es weiter und da kommen wir wieder auf den EU-Act jetzt zu sprechen, der gerade kommt. Eine Idee ist ja, dass auch Angebote, die jetzt erstmal klein sind, aber gesünder vielleicht gestaltet sind, dass sie überhaupt groß gemacht werden können. Wenn wir zwei uns jetzt überlegen, komm, weißt du was, wir machen ein neues soziales Netzwerk auf, da schreibt Privatsphäre ganz groß, wir tracken nur die Daten, die wirklich nötig sind, um die Plattform operabel zu machen, wir wollen Algorithmen haben, die gesünder sind und und und. Also wir würden versuchen, diese ganzen Probleme in den Griff zu bekommen, sondern das Problem ist, dann sind wir zwei auf der Plattform, sonst niemand. Dann ist das ziemlich uninteressant, das Produkt. Und da kommt wieder Regulierung ins Spiel, denn da geht es um zwei Dinge. Es geht nämlich einmal um Datendurchlässigkeit. Ich meine, wir können ja auch Mobiltelefonen von unterschiedlichen Netzen zueinander kommunizieren. Warum ist das bei den gängigen sozialen Netzwerken nicht möglich? Und ich spreche jetzt mal nicht von, was vielleicht Meta-Innenhaus-Plant, dass man vielleicht WhatsApp und Instagram verknüpfen kann, was kartellrechtliche Themen wieder dann sind. Aber es geht wirklich darum, dass man sagen würde, hey, ich bin jetzt auf einem Signal-Messenger und will vielleicht mit jemandem bei WhatsApp kommunizieren. Da geht es um Durchlässigkeit der Plattform. Das ist ein technisches Problem, was gefixt werden kann, wenn der Wille da ist. Und da ist Regulierung wichtig, um das möglich zu machen. Denn das macht ja einen Unterschied. Wenn wir jetzt das gesunde Produkt haben und sind zu zweit drauf, können wir aber mit allen, sonst auch mit allen anderen Plattformen kommunizieren. Das ist ein geiler Punkt. Dann wird ein Schuh draus. Das ist Regulierung. Dann geht es weiter. Sozialer Graph, mit dem wir verbandelt sind online. Das ist ja auch die Frage. Wenn ich jetzt umziehen will, dann ziehe ich ja in der Regel nicht mit meinem ganzen sozialen Graphen um. Sondern weil wir genau das Problem haben, was wir jetzt hatten, keine Datendurchlässigkeit. Und genau diese Kombination muss man haben, dass es relativ einfach ist von Strukturen. Da geht es um Datenformate, die entwickelt werden müssen, wo die Industrie übrigens auch daran arbeitet, gemeinsame Datenformate auch zu entwickeln, wo einfach auch Informationen von man in Accounts einfacher transportiert werden können. Weil da steht natürlich wieder dieser Convenience-Faktor im Vordergrund. Wenn das alles extrem anstrengend ist, das zu wechseln, dann machen es die meisten Leute nicht. Das ist wie Mobiltelefonnummer ablegen. Ah, dann alle Leute informieren und schwieriger und eine Bankkonto-Verbindung ändern. So auf dem Level ist das. Und dafür braucht es eben regulatorische Begleitung und dann eine gut technische Umsetzung, um auch kleinere, gesündere Angebote groß zu machen. Und ich habe da noch nicht aufgegeben. Ich glaube, das ist nicht ganz unrealistisch, dass wir bessere Produkte, gerade was die Schattenseiten betrifft, in naher Zukunft sehen werden. Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Konzept. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann mit das, was in China gerade passiert. Also mit WeChat ist ja schon das Ganze ein bisschen offener, habe ich so das Gefühl, so von dem, was ich immer wieder höre. Da ist ja auch so ein Riesending zwar, aber irgendwie ist alles miteinander verknüpft. Also ich habe viel auch WeChat-Forschung gemacht, weil ich jahrelang auch in China selber geforscht habe. Und bei WeChat also erstmal haben wir eine ganz interessante Beobachtung. Wir haben jetzt eigentlich umgekehrte Welten. Wir haben mit WeChat oder das ist ja auch Chinesisch Weixin übersetzt kleine Nachricht, haben wir einen Service, der eigentlich ja erstmal so als Klon von WhatsApp angefangen hat. Also das, was wir gesagt haben, sagt ja schon das Wort kleine Nachricht, dass man sich austauschen kann über einen Kurznachrichtendienst. Und WeChat ist zu einer gigantischen Super-App herangewachsen. Ich glaube, darauf zielst du ab, nämlich, dass du dort Stores drin findest. Es ist eigentlich eine Verknüpfung von Facebook, WhatsApp plus Bezahl-Service, wenn man sich das so vorstellt. Und ich finde, das ist insofern eine ganz interessante Entwicklung, dass wir jetzt chinesische Plattformen haben, die extrem erfolgreich sind. Also man muss sagen, bei WeChat ist es ein sehr chinesisches Phänomen, weil eigentlich sind außer Chinesen, Chinesinnen ist niemand auf WeChat drauf. Das ist ein sehr chinesisches Thema, während TikTok und die Schwester App Douyin natürlich einen Globus rund gemacht haben. Und trotzdem haben wir jetzt eine Situation, nämlich, dass Zuckerberg und Co. nicht mehr irgendwie sagen, oh, das sind die Copycats, sondern jetzt werden die westlichen Plattformen die Copycats, nämlich die anfangen und sagen, hey, Moment mal, was machen die denn anders? Das ist ja total krass. Ich kann ja mal bezahlen. Das ist die Zukunft. Algorithmen scheinen interessant zu sein. das Kurzvideo-Format von TikTok wurde im Handy-Format auf einmal kopiert von den anderen Plattformen. Wir haben eigentlich gefühlt eine verkehrte Welt jetzt erstmal, also einmal andersrum. Und der Weg, glaube ich, zu einer Super-App, der wird ja durchaus auch im Westen diskutiert. Ich meine, Elon Musk hat ja auch laut darüber nachgedacht, ob das nicht der Weg ist. Hat sich natürlich jetzt geäußert, dass er da zumindest keine Krypto, eigene Kryptowährung machen will. Aber dass Bezahlfunktionen mit Social Media verbunden werden, das ist im ureigensten Interesse der Betreibenden. Das ist der nächste Datenlayer, den die Industrie eigentlich haben will, um zu verstehen, was die Konsumenten wollen. Das ist ja noch der nächste Missing Link. Das macht ja gerade WeChat zu einer solchen monströsen App, weil die noch den ganzen Zahlungsstrom von Menschen haben. Also genau, was kaufen sie wo ein, wo sind sie unterwegs? Das ist ja noch mal ein gigantisches nächstes Geschäft, was die westliche Social Media Industrie noch gar nicht ausgeschöpft hat. Sehr, sehr, sehr spannend und trotzdem würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen auf das Individuum zurückkommen, weil wir da ja wirklich auch die Möglichkeit haben, die Leute noch mal so ein bisschen jetzt zu informieren, was wirklich Sache ist. Weil ich merke auch schon, also bei dir jetzt, dadurch, dass du ja auch forschst und du hast ja auch mitgewirkt bei der, ich glaube, man spricht Scabes-Studie aus. Stimmt das? Ja, genau. Scabes. Scabes. Da würde es mich einfach mal noch interessieren, was ich immer wieder, auch wieder nur, ohne dass ich jetzt die Forschung kenne, für mich so feststelle oder was ich immer wieder höre, ist, dass das Thema Lernen nicht mehr ganz so einfach ist mit der Aufmerksamkeitsspanne. Also je mehr ich TikTok konsumiere, desto schwerer fällt es mir dann vielleicht auch ein Buch zu lesen. Leute sagen manchmal, hey, früher im Urlaub habe ich vier, fünf Stunden ein Buch gelesen, heute bin ich nach zehn Minuten schon wieder an dem Punkt, wo ich mein Handy greife. Was ich bei dir auch durch die Studie, also ein bisschen bei dir so rumgelesen habe, gehört habe, ist das Thema Empathie, was auch abnimmt, wenn man zu viel auf Social Media verbringt. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie viel ist da schon dran an diesen Sachen? Also ist das wirklich konkret oder sind das nur mal so Vermutungen immer noch, die im Raum sind? Auch in Bezug auf ADHS, oder dass es diese ADHS-ähnlichen Zustände bringt? Also zunächst muss ich sagen, gerade was Empathie betrifft, das sind Zusammenhangsmaße. Wir haben Studien gemacht in China und Deutschland, wo wir sehen können, dass Leute, die eben angeben, eher internetsüchtig zu sein, auch zeitgleich berichten, ein bisschen weniger Empathie zu zeigen. Die Effektstärkemaße sind jetzt nicht super stark, aber es gibt diese Zusammenhänge. Allerdings ist unklar, was ist Ursache, was ist Wirkung? Und ich glaube, das ist ein großes Problem, was wir eigentlich in vielen, vielen Bereichen haben zu den Fragen, den drängenden Fragen unserer Zeit, die du gerade genannt hast, nämlich machen sie sozialen Netzwerke und aufmerksamer. Verändert sich da richtig was im Denkapparat, dass meine Aufmerksamkeitsspanne kürzer wird? Da gibt es wenig gut gemachte Studien, die das experimentell wirklich zeigen würden. Aber es gibt durchaus einige Arbeiten, wo es gerade um Lernen geht, zum Beispiel, und Technologienutzung, wo man das zusammengefasst mit der Übernutzung von Smartphones, wo die sozialen Medien auch stattfinden, untersucht hat. Und hier zeigt sich schon Zusammenhangsmaße, dass diejenigen, die eher süchtig nach dem Smartphone sind oder den Inhalten darauf, dass die auch schlechtere Lernleistungen zeigen. Das ist im Zusammenhangsmaß gezeigt worden. Wir haben gerade noch mal in den USA jetzt eine Studie gemacht, die, glaube ich, methodisch insofern ganz interessant ist, wo wir objektiv, also wir haben die Leute gar nicht gefragt, wie viel bist du auf dem Smartphone, sondern wir haben die Screentime ausgewertet, weil die Leute auch Zeitverzerrung haben. Das ist ein Methodenfaktor. Wenn ich dich fragen würde, wie viel hast du das Smartphone letzte Woche genutzt, dann kriegst du irgendwelche Zahlen, die sind nicht wirklich valide. Und haben in den Studiensekretariaten die Noten von den Leuten bekommen. Das heißt, wir konnten wirklich objektive Daten zusammenführen. Da war es auch so, je länger tatsächlich die Nutzungszeiten und Social Media hat dann natürlich einen großen Anfluss dran, desto schlechter waren die Noten. Jetzt ist so ein bisschen das Problem immer, dass die Leute fragen, ja, aber sind die schlechten Noten jetzt eine Konsequenz meiner Smartphone-Nutzung oder es ist nicht so, dass die schlechteren Schüler und Schülerinnen dazu neigen, eben sich dauernd abzulenken, aus dem Alltag zu flüchten, sagen, ich bin so ein schlechter Schüler oder Schülerin, ich muss mich jetzt einfach mal ablenken, aus meiner Misere. Und da ist, glaube ich, eins hochspannend. Es gibt jetzt gerade im schulischen Kontext und Lernkontext gibt es Smartphone- Interventionsstudien, die gucken, wie verändern sich die Lernleistungen, also wirklich die Noten, wenn ein Smartphone-Ban eingeführt worden ist, das heißt, wenn Smartphones in den Schulen verboten werden. Und dort hat man im Längsschnitt gesehen, dass eben die Lernleistungen besser werden, wenn die Smartphones nicht mehr dabei sind. Vor allen Dingen profitieren die schwächeren Schüler davon, also die guten Schüler, die waren schon vorher gut, die sagen, jo, das macht für mich jetzt nicht einen großen Unterschied, aber die schwächeren profitieren stärker. Und das ist nicht das Einzige, was man beobachtet hat, sondern man hat auch beobachtet, dass das soziale Mitten an den Schulen besser wird. Also dadurch, wenn die Smartphones nicht mehr da sind, die Schüler und Schülerinnen reden wieder mehr miteinander, stärkere körperliche Bewegung findet statt, was schon dafür spricht. Und ich spreche mich auch dafür aus, gerade in Grundschulen finde ich es ein Unding, dass dort die Smartphones und die sozialen Medien ja häufig dann schon einen Einzug halten, dass wir gerade die Jüngsten in unseren Gesellschaften noch eine Kindheit ermöglichen, in der diese Form der Digitalisierung noch nicht so stark stattfindet. Ich bin übrigens nicht dagegen, dass Kinder schon mal am Tablet unterwegs sind. Das ist was völlig anderes. Aber brauchen die ein eigenes Gerät, auf das sie ständig zugreifen können? Das sind, glaube ich, die Fragen, die wir stellen müssen. Und ich sage klar, in der Grundschule, nein, brauchen sie nicht. Was nicht heißt, dass im Unterricht auch digital stattfindet. Aber man hatte da so lange diese Bring-Your-Own-Devices-Geschichten, wo diese ganze Ablenkung natürlich mit eigenen Apps drauf ist, dann passiert immer das. Ja, jetzt Lerninhalt gucken, aber dann schon die Nachricht wieder schicken. Jetzt gehen wir mal in die Erwachsenenstudien auch wieder rein. Da gibt es eine berühmt-berüchtigte Studie. Das ist die sogenannte Brain-Drain-Studie, die da so sagt, gezeigt hat, dass allein die physische Anwesenheit des Smartphones auf dem Tisch, also wenn du jetzt irgendwas machst und da liegt das Gerät und das ist aus, das ist umgedreht, nicht angeschaltet. Nur der Klotz, der dort liegt, der zieht schon kognitive Ressourcen ab, weil wir schon in der Erwartungshaltung sind. Ja, da könnte was sein. Das heißt, wenn wir auch Lernumgebung und Arbeitsumgebung schaffen, wo wir uns mal vertieft mit was auseinandersetzen und da das Smartphone jetzt nicht gerade eine Rolle spielt, weil ich jemanden anrufen will, dann ist es gut, die Geräte rauszubringen. Und das hat nicht eine eine Studie gezeigt, es gibt jetzt eine Meta-Analyse, die hat also statistisch alle Arbeiten, die das auch versucht haben nachzubauen, mal zusammengefasst und gerade was die Working-Memory-Leistung, also die Arbeitsgedächtnis-Leistung betrifft, dort hat man über viele Studien gesehen, dass das Arbeitsgedächtnis eben ein Stück weit schlechter funktioniert, wenn das Smartphone anwesend ist. Jetzt kann man immer und wenn uns auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu sagen, ja Effektstärken, wie groß sind die denn? Ich will auch Effekte nicht übertreiben hier, aber an der Stelle, ich bin davon überzeugt, das summiert sich auf. Ich habe vielleicht keine Uhr mehr hier an, dann gucke ich auf das Smartphone, um die Uhrzeit zu wissen, dann bin ich da schon hier drauf, mache, was ich gar nicht machen wollte. Diese ständige Verfügbarkeit, also heißt natürlich auch Gelegenheit macht Diebe, irgendwie so, das Stichwort. Ich habe es da, dann nutze ich es auch und ich glaube, eine fundamentale Idee ist, was auch jeder dann für sich umsetzen kann, ist und das ist bei mir die Headline, wir müssen uns die Struktur zurückerobern, die uns das Datengeschäftsmodell kaputt gemacht hat, dass wir uns auch wieder abschotten. Also wir lernen uns abzuschotten, wenn es denn auch nötig ist, mal vertieft etwas abzutauchen. Das heißt, uns sehr, sehr bewusst Umgebungen zu schaffen, wo Smartphones, soziale Medien nicht unbedingt eine Rolle spielen. Für mich heißt das auch, dann gibt es auch interessante Arbeiten, Smartphones, ja, das gehe ich jetzt ohne Smartphone aus dem Haus raus, eher nicht. Ich meine, wir brauchen das im Alltag, das ist ein Werkzeug, um schneller von A nach B zu kommen. Aber ich habe zum Beispiel soziale Medien bei mir nicht auf dem Phone drauf. Ich habe die ganzen Apps da nicht drauf. Ich nutze soziale Medien trotzdem, aber vom Desktop-Rechner und dann irgendwie einmal am Tag reicht. So und auch Messenger sagen viele, kann ich nicht darauf verzichten. Ich habe Signal bei mir auf dem Phone, das ist der einzige Messenger. Nutze ich den? So gut wie gar nicht. Das wissen auch alle. Ich bin darüber erreichbar, aber alle, die irgendwie schnell was von mir brauchen, die sollen mir da bitte keine Nachricht schreiben, die rufen mich an. Das lernen Leute aber auch schnell aus dem Umkreis und sagen, ja, okay, den Montag kannst du nur noch anrufen. Der hat zwar so einen Messenger, da antwortet der aber vielleicht vier Tage später drauf. Das ist nicht die Art der Kommunikation, die ich lernen kann. Da sind wir bei einem interessanten Konstrukt, das heißt, Circle of Responsiveness auch, wir lernen sehr, sehr schnell, wie andere, wie schnell die kommunizieren. Auch, wie schnell jemand ein E-Mail zurückschickt, in welcher Art sie eben bestimmte Medien nutzen und wir stellen uns auch drauf ein. Das ist so, der Christian ist doch der, der, ah ja, der ist auf den sozialen Medien aber nicht so häufig und wenn ich was von dem will, rufe ich an. So, und das sind Dinge, die fühlen sich am Anfang ein bisschen komisch an, auch so Lesebestätigung ausmachen, Push-Notifikationen ausmachen, weil so gefühlt erst mal das Fear of Missing Out angeht, ah, ich habe es jetzt gelesen, die andere Person sieht es nicht, aber ich weiß auch nicht, ob die es gelesen hat. Also man muss einmal, muss sich von diesen ganzen Prozessen freimachen, das dauert eine gewisse Zeit und dann bekommen wir aber unsere, ich sage mal, ein Stück weit Selbstständigkeit mehr zurück, also Unabhängigkeit. Also vielen Dank, dass du das jetzt noch in den Raum gebracht hast, weil das ist einer der wertvollsten Punkte für diesen Podcast, weil wir hier auch über Unabhängigkeit und Freiheit sprechen für das Individuum und genau das ist das, also du hast mich jetzt gerade inspiriert, das nochmal genauer anzuschauen, weil ich bin da schon sehr Hardliner-mäßig unterwegs, ich habe zum Beispiel bei meinem WhatsApp-Status so ein Response Time up to 14 days, danke für das Verständnis und das ist eine Entscheidung, die ich einmal getroffen habe und damit fühlt sich jetzt auch niemand persönlich beleidigt, wenn ich mal nicht antworte und das fühlt sich so befreiend an oder eben auch einfach, was ich auch gemacht habe, ist viele Instagram-Accounts einfach zu muten, dass ich nur wenn ich will, mir meine Sachen anschauen kann von denen, aber nicht immer alles kriege von allen Leuten, also es gibt so viele Tricks, wie man sich da so freischaufen kann und das ist so ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Den können wir nochmal etwas breiter zusammenfassen, also die Idee ist eigentlich, das ist so ein bisschen Denken wie die Industrie eigentlich, Systemdesign lenkt Verhalten. Die Industrie hat nicht aus Gutmenschentum angefangen, dort eine Lesebestätigung einzubauen, sondern die Idee ist natürlich eben eine der Theorien zumindest, dass eine Lesebestätigung bei WhatsApp und Co. über sozialen Druck operiert für viele Leute. Nicht für alle, nicht alle reagieren da gleich drauf und Systemdesign lenkt Verhalten. Wir kennen das aus dem Supermarkt, also das Ziel im Supermarkt ist, dass ich mit dem leeren Wagen da reingehe und mit einem Wagen da rauskomme, der voller Produkte ist, so am besten, dass ich ihn fast gar nicht mehr schieben kann. So, aber ich komme da gerade noch raus. Deswegen gibt es dort Design-Elemente im Supermarkt. Quengelzone an der Kasse ist das beste Design-Element. Dort gibt es diese Produkte vorne, 1 Euro Schokoriegel, ich kriege eigentlich 5 für 2, wenn ich zurück in den Laden gehen würde, aber eigentlich wollte ich das Produkt doch gar nicht kaufen. Systemdesign schubst Leute, wie wir das nennen, das ist ein Nudge, ein gewisses Verhalten zu zeigen. Und die Logik, die ich jetzt irgendwie vertrete, ist, dass wir gucken, wie können wir für uns das System umbauen, dass es uns nicht so hart schubst, eben immer in diese Online-Welten abzutauchen, wenn wir es gerade nicht wollen. Und das sind Dinge, erst mal in die Plattform reingehen, also sagen, Lesebestätigung ausmachen, Push-Notifikationen ausmachen. Wie du gerade gesagt hast, dass man Leuten nicht auf den Schlips tritt und sagt, guck mal hier, bei mir gibt es einfach eine längere Antwortlatenz. Das lernen Menschen. Interessante experimentelle Arbeiten, die zeigen, Industrie arbeitet stark mit Farbwelten, gerade Instagram und Co. quietschbunt, TikTok quietschbunt. Hast du eine Kiste auf schwarz-weiß, ist direkt total interessant. Und hat man experimentell richtig schön zeigen können, Smartphones schwarz-weiß, reduziert deutlich die Nutzungszeiten, nicht nur das Smartphone, sondern vor allen Dingen auch der sozialen Medien. Das funktioniert. Alltag wieder strukturieren, Armbanduhr tragen, dann ziehe ich nicht das Gerät raus und mache irgendwas, was ich nicht mehr machen wollte, sondern habe mir da schon wieder einen Griff gespart. Und das sind alles so Ideen, nicht immer diesen ersten Griff zum Phone zu machen oder drauf zu bleiben, wenn ich eigentlich gar nicht drauf bleiben will. So, und da haben wir jetzt so ein bisschen den Gegenentwurf zu dem, was das Individuen tun kann, aber die Industrie muss was machen. Und ich darf vielleicht auch noch was sagen, ich glaube, das geht auch so echt unter. Ich darf es wahrscheinlich sagen, ich habe ja ein neues Buch geschrieben, wo es ja um Videokonferenzen geht und zwischen Bildschirmen und Bäumen. Und gerade diese Archage, Bäume, Natur erleben und Technik. Ich glaube, was wir völlig unterschätzen, ist, dass wir in uns was drin haben, ein Grundbedürfnis nach grünen Umgebungen, so kann man das nennen. Das ist evolutionär anscheinend verankert, das ist das Biophilia-Konzept, wie wir es nennen, dass uns grüne Umgebungen, Waldlandschaften anscheinend besonders gut tun. Jetzt, wenn ich dein Shirt anschaue, wäre das genauso oder die Pflanze im Hintergrund. Und das ist extrem erholsam. Das heißt, gibt es auch interessante Bildgebungsstudien des Gehirns, die zeigen, wenn du eine halbe Stunde im Wald warst und eine Stunde und du wirst danach mit Stressoren konfrontiert, dass dein Gehirn dort weniger darauf anspringt. Die Kortisol-Spiegel sind nach einer Zeit bald Spaziergang. Die Japaner senden das ja Waldbad, also Shinrin-Yoku. Wer wird einfach Stresssystem runtergefahren und unsere kognitive Energie ist auch wieder mehr da. Das heißt, in der Mittagspause, ich habe das Glück, dass ich hier in Köln am Wald wohne, dass ich einfach in der Mittagspause einfach mal eine halbe Stunde rausgehe, natürlich ohne Technologie. So einfach ich mit mir alleine und dann passiert genau Gedankenwandern, Kreativität, mal durchatmen. Und wir müssen dafür schon Sorge tragen, dass wir in einer sehr technologisierten Welt eben diese archaischen Grundbedürfnisse, die wir haben nach Bindung, nach sozialen Interaktionen, nach grünen Umgebungen, dass wir das nicht ganz vergessen und auch uns wieder immer bewusst in den Alltag einbauen, um unser Wohlbefinden zu erhöhen. Ja, das ist ein super spannender Punkt. Ich lebe ja auch vermehrt wirklich auf Inseln oder in der Natur genau deswegen, weil ich eben auch merke, dass einfach mein Leben sich besser und runder anfühlt. Und ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, in Katar, der Flughafen, die bauen dort ganz viel Grün an oder Dubai will ja die grünste Stadt der Welt werden in den nächsten Jahren. Also es ist schon irgendwie... Bei 50 Grad im Sommer. Ja, es ist crazy. Vielleicht um noch ein letztes Thema im Bereich Individuum noch mal so ein bisschen reinzugehen. Also ich habe die Frage auch von einem Mitglied, von der May im Inner Circle von uns gekriegt und ich fand es eine sehr spannende Frage in Bezug auf die Persönlichkeit und das Nutzverhalten. Also im Sinne von, welche Persönlichkeitstypen sind vielleicht auch Immuner gegen diese Handysucht oder gegen diese ganzen Social Media Konzerne? Oder gibt es vielleicht einen ganz klaren Persönlichkeitsaspekt wie zum Beispiel Extraversion oder Neurotizismus? Also was sind da vielleicht auch die Korrelationen in Bezug auf Persönlichkeit? Und um es dann vielleicht noch mal umzudrehen im zweiten Schritt, welche Parameter werden durch Social Media dann auch wieder beeinflusst? Also kann ich durch Social Media zu einer neurotischeren Person werden, zu einer unordentlicheren Person oder zu einer extrovertierteren Person? Ja, zunächst Persönlichkeitsbegriff führ den vielleicht mal kurz ein. Also es ist halt ein Konstrukt aus der differenziellen Psychologie, womit man zeitstabile Eigenschaften einer Person beschreibt. Also wir haben einen Traitbegriff und ein Stück weit gibt es auch die Debatte darüber, inwieweit natürlich bestimmte Personen mit bestimmten Neigungen in ihrer Persönlichkeitseigenschaft auch in unterschiedlichen Situationen ähnlich reagieren. Das ist alles ein bisschen komplexer, als ich jetzt gerade dargestellt habe. Aber wir wissen schon, dass wenn ich dir jetzt einen Fragebogen geben würde, wo du deine Persönlichkeitseigenschaften einschätzt, dass du in ein paar Jahren ähnliche Kreuzchen machst. Also die Selbstwahrnehmung der eigenen Persönlichkeit ist relativ stabil, muss man sagen. Auch wenn es subtile Veränderungen über die Lebensphase gibt, die es auch mit kritischen Lebensereignissen zu tun hat und die Stabilität über Situationen ist etwas weniger gegeben, da wissen wir, dass je ähnlicher die Situationen sind, desto stabiler sind die Verhaltenspattern. Aber es ist jetzt nicht so, dass eine zum Beispiel superextravertierte Person sich in allen Lebenslagen extravertiert zeigen würde. Das sind also Verhaltenstendenzen und du hast gerade eben diesen Begriff der Typologie genannt, der in dem Bereich eigentlich auch nicht so gerne gehört wird. Denn wir gehen heutzutage davon aus, dass Persönlichkeitseigenschaften dimensionale Konstrukte sind. Das heißt, wir neigen zum Beispiel eher zur Introversion oder eher zur Extraversion. Manche Leute sind vielleicht genau im Pol dazwischen. Das heißt, Persönlichkeit, wenn man sich das statistisch anschaut, ist in der Bevölkerung auch normal verteilt. Das heißt, sehr wenig Leute sind extrem extravertiert oder extrem introvertiert. Die meisten finden sich eher so in mittleren Ausprägungen. Das heißt, auch wenn man jetzt die Frage beantworten möchte, wer neigt denn eher zum Beispiel zu einer Übernutzung von Social Media, von Smartphones, vom Internet zu Computerspielen? Da gibt es sehr, sehr viele Studien, die haben wir auch bei mir in der Arbeitsgruppe unter anderem gemacht, wo wir sehen, dass Personen, die eher zu Neurotizismus neigen und eher zu wenig Gewissenhaftigkeit, etwas mehr dazu tendieren, eben Online-Inhalte zu benutzen oder eine problematische Online-Nutzung zu zeigen. Ich versuche das mal einzuordnen. Der Neurotizismus ist ein relativ komplexer Begriff, beschreibt eine super Dimension, worunter sich Leute wiederfinden, die eher zu negativen Affekten neigen, die häufig grübeln, die eher mal ängstlich sind, vielleicht auch Schuldgefühle haben, emotional instabil. Das ist Neurotizismus und Gewissenhaftigkeit, klar, Leute, die eine hohe Gewissenhaftigkeit haben, die sind verlässlich, die sind sorgfältig. Wenn die sagen, ich kümmere mich drum, dann passiert das. Und jetzt ist, glaube ich, nicht überraschend, dass wir zum einen sehen, dass Personen, die von sich aus berichten, eben sorgfältig sein, ihre Terminkalender im Griff zu haben, und dass die ein geringeres Onlinesuchtpotenzial haben. Wahrscheinlich hat das einfach auch mit Selbstregulation an der Stelle zu tun. Also der Gewissen hat, die gewissenhafte Person, da liegt das Smartphone, sagt, nee, ich jetzt nicht, ich bringe es jetzt raus, ich kümmere mich jetzt um das, was hier ist. Geht um Willenskraft, um Selbstregulation. Das heißt natürlich nicht, dass eine Person, die eher geringe Gewissenhaftigkeit hat, keine Willenskraft aufbringen kann, aber für manche Leute ist das ein bisschen schwerer als für andere. Das heißt, das ist die normale Variation in der Bevölkerung. Bei den Neurotikern, in Anführungsstrichen, oder Personen mit Tendenzen zum Neurotizismus, da wäre eine Möglichkeit, warum diese Zusammenhänge zu sehen sind, dass eine Art Eskapismus stattfindet, das heißt eine Alltagsflucht. Mir geht es jetzt sowieso schlecht, mein Glas ist eher halb leer. Ja, und ich sitze mit hier mit meinem negativen Affekt, komm, ich gucke mal, was da online passiert und versuche mich erstmal abzulenken. Das ist die Selbstmedikationshypothese, die wir im Feld haben. Diese Zusammenhänge erklärt. Aber richtig ist auch, und da sind wir wieder bei einem Problem, was wir heute schon mal früher angesprochen haben, dass wir sehr, sehr viel querschnittliche Studien haben. Das heißt, da sind die Variablen zu einem Zeitpunkt einmal erfasst worden und wir wissen nicht, was beeinflusst jetzt was. Es ist so, dass eine überbordene Online-Nutzung vielleicht auch die Persönlichkeit verändern kann. Ich gehe davon aus, aufgrund der Literatur, dass wahrscheinlich keine gravierenden Persönlichkeitsveränderungen dadurch möglich sind, weil Persönlichkeit eher stabil ist. Wir wissen, dass die Genetik und die Umwelt zusammen unsere Persönlichkeit eben beeinflusst. Und dadurch, dass Persönlichkeit relativ stabil ist, fände ich es jetzt eher überraschend zu sehen, dass durch eine bestimmte Form der Social-Media-Nutzung zu einer massiven Persönlichkeitsveränderung kommt, weil grundsätzlich Persönlichkeitsveränderungen eher nuanciert ablaufen. Aber das ist Bestandteil von Forschung und in ein paar Jahren sind wir dann schlauer und dann sehen wir, ob ich jetzt mit meiner Hypothese recht hatte. Ja, nee, ist auf jeden Fall sehr spannend, wie du das nochmal ausgeführt hast und auch wieder sehr differenziert und fand ich auch nochmal sehr hilfreich für mich, weil ich eben auch immer wieder so, ich persönlich nutze immer für meine eigene Evaluation meinen Big Five, also dass es nicht ein klarer Typ ist, sondern hat wirklich auch eine Perzentile und da sehe ich dann auch so, wie ich im Vergleich zu der restlichen Welt stehe und das hat mir schon nochmal sehr gutes Verständnis gegeben für mich. Genau, das, was du ja angesprochen hast, Big Five ist tatsächlich auch der wissenschaftliche Goldstandard aktuell, um Persönlichkeitseigenschaften zu erfassen. Da wird manchmal diskutiert, ob es jenseits der Big Five also für die Zuhören ist Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Neurotizismus und was haben wir vergessen? Extraversion versus Introversion, dass es noch teilweise diskutierten sechsten Faktor gibt, Honesty, Humility. Ja, genau, das Buch habe ich gelesen, ja. Ja, es gibt ja schon auch eben zum Beispiel diese Dark Triad, die hat man ja jetzt auch nochmal durch den vierten, also da streitet man sich ja drüber, ob man da noch Sadismus hinzufügen möchte, weil eben auch zum Beispiel dieses Online Bullying, was man ja auch sieht, das wird ja auch sehr stark mit so sadistischen Traits in Verbindung gebracht, was ich eben auch so noch nie gesehen habe, bis ich es mal gehört habe, ich glaube von Jordan Peterson, der das mal so sehr interessant in den Raum gebracht hat, dass es ja für Sadisten super spannend ist, auf Social Media einfach Leute zu haten, also so und Spaß daran zu haben. Das ist eigentlich auch krass. Also wir nennen das dunkle Tetrade, wo der Sadismusfaktor noch weiterhin drin ist und wir erfassen das schon auch diesen vierten Faktor mit, weil also A, genau wie du das jetzt auch schon so eingeführt hast, ich auch davon überzeugt bin, das zeigen auch die Daten, die dunkle Tetrade über die Big Five hinaus noch Dinge erklären kann. Ich glaube, das ist schon ganz spannend und gerade im Online-Bereich gibt es ein zentrales Konstrukt, nämlich Online-Enthemmung oder Online-Disinhibition, was glaube ich im Herzen ein Stück weit erklärt, warum wir durchaus auch häufig antisoziale Verhaltensweisen im Online-Bereich sehen, wie Cyberbullying, Hate Speech und die hängen natürlich auch dann eng nicht nur mit diesem Online-Disinhibition-Konstrukt, sondern auch mit der dunklen Triade oder Tetrade, mit dem Sadismusfaktor zusammen. Um vielleicht da nochmal das Nutzverhalten genauer zu verstehen, ich weiß auch gar nicht, ob das in irgendeiner Weise quantifiziert werden kann, aber ich habe schon so das Gefühl, dass viele Menschen dazu neigen, heutzutage den Kontakt mit anderen Menschen grundsätzlich eher online zu suchen als offline. Also es wäre die Tendenz auch in diese Richtung gehend und das wiederum geht ja weg von der Intuition, die wir haben, dass wir mit Menschen eigentlich auch Berührung oder Augenkontakt wollen. Also hast du dann, hast du dann eine Antwort, warum das sein könnte? Also zunächst, das ist eine Hypothese, die du aufstellst und ich, das ist immer ein bisschen schwer zu quantifizieren, aber eins haben wir natürlich gesehen, die Covid-Pandemie war ein Beschleuniger der Online-Kommunikation und die Frage ist, wie stark jetzt das Online-Kommunikationsverhalten, was sich ja stark eingeschliffen hat in der Pandemie, wieder jetzt zurückentwickelt. Es gibt eine Riesendiskussion überall, bleiben die Leute im Homeoffice, wie viel Homeoffice ist okay, kommunizieren wir ab sofort nur noch über Videokonferenzen, was zwar ein tolles Tool ist, wie wir sehen, aber durchaus Probleme mit sich bringt. Jetzt haben wir ja ein One-on-One, hätten wir aber jetzt eine Videokonferenz mit vielen Leuten, da wird es dann schnell anstrengender auch. Es wird ja auch die Videokonferenzmüdigkeit als zentrales Thema erforscht, sodass so ein bisschen tatsächlich, glaube ich, etwas da ist, was wir ernst nehmen müssen, nämlich wieder einmal zu überlegen, was macht uns als Menschen aus, was sind unsere Grundbedürfnisse und wie werden sie besonders gut erfüllt. Ich habe vor vielen Jahren in China und in Deutschland eine ganz Mini-Erhebung gemacht, da habe ich die Frage gestellt, stell dir vor, dir geht es jetzt gerade furchtbar schlecht, was hättest du lieber, WhatsApp oder eine Umarmung von der Person, die du magst? Ich glaube, die Antwort ist relativ klar. die Macht der menschlichen Berührung, um eben, wenn wir traurig sind, dann zum Beispiel auch Botenstoffe auszuschütten, die den Schaltkreis für Traurigkeit mit runter reduzieren im Gehirn. Das sind Dinge, die dürfen wir nicht unterschätzen und die kriegen wir eben über diese ganzen, auch wenn sie faszinierend sind, aber durch diese Online-Tools nur bedingt abgebildet. Und gerade interessant ist ja, wenn wir jetzt von den Videokonferenzen mal weggehen, wo wir jetzt hier eine direkte Form der Kommunikation haben, wir hören uns, wir sehen uns, auch wenn wir uns jetzt nicht in die Augen schauen können und ich natürlich auch nur einen Ausschnitt von dir sehe, aber es ist eine etwas direktere Form der Kommunikation, als wenn ich jetzt zum Beispiel auf Social Media irgendwas mit Text einfach poste. Text ist erstmal eine Information, das ist eigentlich, finde ich, relativ überraschend, dass sich das so lange hält, Textbotschaften, weil sie schnell missverstanden werden können. Also uns fällt es sehr, sehr schwer, eine Emotionale, diesen emotionalen Gehalt, der immer mitschwingt, dort reinzubauen. Dafür brauchen wir Emoticons oder Emojis, aber die werden nicht von allen gleich verstanden. Das heißt, häufig findet die Kommunikation dann irgendwo so in einem luftleeren Raum statt, wo man denkt, wie hat die Person, das ist eigentlich gemeint oder ich verstehe das anders als du. Und Online-Enthemmungen, über die wir eben gesprochen haben, gerade im Kontext von Social Media, findet dann auch statt, weil ich nicht direkten Feedback bekomme, wie jetzt hier. Wenn ich jemandem was an den Kopf knalle dort, dann weiß ich, ich kriege nicht das direkte Feedback und ich sehe vielleicht auch nicht, dass ich der Person gerade wehgetan habe, was ich gar nicht wollte, was vielleicht gar nicht meine Intention war, weil die Feedback-Schleifen viel langsamer ablaufen. Mega, mega, mega spannend. Also ich finde es so geil, wie du auch einfach immer wieder eben das Wissenschaftliche reinbringst und auch eine neue Perspektive. Also ich lerne hier gerade super viel dazu und ich habe noch eine Usability-Frage, weil wir ja auch ein Bildungsunternehmen sind und Leute eben auch versuchen, Social Media so beizubringen, dass du es eben trotzdem auch zum Vorteil nutzen kannst. Und trotzdem muss ich immer wieder persönlich sagen, wenn mich Leute fragen, hey Misha, wie kann ich das? Da sage ich immer wieder, hey ganz ehrlich, also dadurch, dass wir eben wissen, wie süchtig machen das ist, wie schnell man sich auch wieder in einen Loop reinziehen kann, finde ich. Selbst wenn du nur jetzt auf Social Media gehst, um etwas zu lernen oder dich irgendwelchen, irgendwelche Posts von Leuten durchzulesen, die wirklich auch guten Content bringen, die gibt es ja, ist es doch wahrscheinlich von Vorteil, wenn du lieber ein Buch liest zu dem Thema, weil du dann sowieso viel tiefer dich damit beschäftigst. Jetzt gibt es aber die Frage von Leon Rage, auch aus dem Inner Circle, der fragt, ob du für dich persönlich, vielleicht auch ein Konzept, du hast ja schon so ein bisschen angeschnitten, dass du gewisse Sachen wie zum Beispiel auf dem Desktop das nur zu nutzen machst, aber gibt es da vielleicht schon so etwas wie so ein Konzept, wie man Bildung, Kommunikation und Arbeit, also diese Vorteile, die Social Media auch bringt, mit einem, mit einer möglichst geringen Downside kombiniert, also dass man da wirklich sagt, hey das, wenn ich das so mache, dann kann ich Social Media tatsächlich mit einer Upside nutzen, selbst als Konsument. Das ist logischerweise nicht ganz leicht zu beantworten, ich glaube einige Hacks haben wir eben schon genannt, also erstmal wieder den Alltag strukturieren, sich die Struktur zurückerobern, die das Datengeschäftsmodell kaputt gemacht hat, das als Überschrift, das heißt erstmal den langen Arm von Big Tech Stutzen, Push-Notifikationen ausmachen, Lesebestätigung ausmachen, klar Regeln für sich machen, von wo aus nutze ich das, wie gesagt, ich habe es schon nicht mal auf dem Smartphone, damit ist schon mal ein großes Thema weg bei mir, das ist eine klare Entscheidung auch, nicht eine Entscheidung generell gegen die sozialen Medien, sondern gegen die sozialen Medien in bestimmten Lebenskontexten, wo ich einfach nicht möchte, dass sie stattfinden, weil sie zu ablenkend sind. Ich glaube, es geht aber noch über etwas hinaus, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Die sozialen Medien sind heutzutage für viele natürlich auch das Fenster, um zentrale Informationen zu bekommen und schwierig wird es natürlich, wenn man sich auch nicht mehr woanders informiert, weil wir wissen, dass es viele Missinformationskampagnen online gibt und dann gibt es ja das ominöse Konzept der Filterblase, wo ja diskutiert wird, dass eben eine Radikalisierung stattfinden könnte, wenn ich jetzt irgendwie einer bestimmten Parteifolge, die extrem ist und nicht nur extreme Inhalte dort präsentiert bekomme aufgrund eben des Algorithmus und dann in meiner komischen Blase lebe, die nicht mehr korrigiert wird von außen. Das ist ein bisschen komplexer als jetzt dargestellt, aber das wird ja durchaus diskutiert und wir dürfen eins nicht vergessen, dass wir eine Medienlandschaft haben, die sich den sozialen Medien angepasst hat. Das heißt, selbst der Qualitätsjournalismus hat gelernt, dass sie eben auch Headlines produzieren müssen, die in Social Media funktionieren, die dort fliegen können. Das heißt, anders kriegen die auch keine Reichweite mehr. Und da gibt es eine interessante Studie im PlusOne, die ist nicht aus meiner Arbeitsgruppe, die die Headlines untersucht hat, der Nachrichten so von ich glaube 2000 und 2000 an bis 2019, wenn ich mich recht entsinne. und dort hat man gesehen, dass die Inhalte, wenn man sich mit Textmining, also mit Sprachanalytik, anschaut, wie die emotionalen Botschaften sind. Mediale Berichterstattung ist deutlich negativer geworden. Mehr Ekel, mehr Hass, mehr Zorn, mehr Wut, mehr Ärger, mehr Trauer, weniger neutrale Berichterstattung und seit 2010 deutliche Abnahme. Wenn ich auch das bitte vor sich zu genießen, die Zahlen sollte hier nochmal selber nachgucken. Ich glaube ab 2010 ging es dann auch in der positiven Berichterstattung nochmal deutlich runter. Meines Erachtens hat das genau mit den Business Cases zu tun, wie auch heute Journalismus eben lebt und auch Reichweite generieren muss. Und dann ist glaube ich eine fundamentale Frage des Abschirms, des Wiederlernenkönns in einem digitalen Zeitalter, welchen Stellenwert räume ich persönlich Tagesnachrichten ein? Das ist eine interessante Frage. Ich sage jetzt nicht, dass die Leute das nicht gucken sollen. Aber hier zum Beispiel der Schriftsteller Nene Harari, der hier Sapiens geschrieben hat, der plädiert hat in irgendeinem Interview gesagt, das ist genau die Strategie, die ich auffahre. Er schaut eigentlich so gut wie keine Tagesnachrichten, wenn ich mich recht entsinne. oder Tageszeitungen, sondern er liest Sachbücher. Ich lese auch viele Sachbücher oder natürlich wissenschaftliche Literatur. Und ich lese einmal in der Woche die Economist, wo ich die wichtigsten Top-Stories der Welt zusammengefasst habe. Weil in der Regel reagieren ja auch Nachrichten auf Fernsehen jeden Tag auf kleinteilige Dinge. Das heißt, wie groß ist eigentlich der Erkenntnisgewinn, den wir haben, wenn ich heute die Nachrichten sehe im Vergleich zu gestern. Das sind häufig kleinteilige Dinge, die passieren. Und das heißt eigentlich erst die Rückschau über einen längeren Zeitraum hilft mir dabei, größere Zusammenhänge zu erklären. Und wir lassen uns dort eben sehr, sehr schnell von emotionalen Botschaften, die sehr kleinteilig sind, treiben. Und die Frage ist ja, wie kriegen wir Struktur zurück? Wie kriege ich es hin, dass ich endlich Zeit habe, mal am Stück ohne Unterbrechung tief abzutauchen in einem kompletten Halbzeitalter, wo alle irgendwie Verfallsdatum von der Nachricht extrem kurz ist, wo ich jeden Tag irgendwie bombardiert werde, indem ich mich abschirme. Und das heißt, nicht jetzt Emerit zu sein und sagen, nichts mehr mitzubekommen, aber selber zu gestalten zu sagen, das ist das Medium, dem ich vertraue, wo ich eine gute Übersicht über die Welt bekomme, reicht vielleicht ein, zweimal die Woche aus, mich abzuschirmen. Ich habe zum Beispiel einen Tag, ich weiß nicht, wie du das machst, aber sonst komme ich zunächst mal, wo ich mir bewusst keine Videokonferenzen reinlege, wo ich nichts habe. Den habe ich für mich einen Arbeitstag, wo ich schreiben kann, wo ich konzeptionell arbeite. Wenn ich mir diese Freiräume nicht mehr schaffe, könnte ich den ganzen Tag in irgendwelchen Calls drin hängen, auf irgendwas reagieren und ich kriege nichts geschafft. So die Kunst ist eben, aus dieser Fragmentierung herauszukommen. Und das ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel eine Stunde am Smartphone am Stück bin oder 60 mal eine Minute. Bei 60 mal eine Minute über den Tag habe ich 60 mal die Wechselkosten. Ich mache was, gehe auf das Gerät drauf, komm zurück, fang wieder von vorne an. Ich mache hier was, gehe auf das Gerät drauf, komm wieder zurück, fang wieder von vorne an. Oder habe ich drei Stunden am Stück, indem ich einfach sage, hey, gerade nicht, weil ich brauche jetzt die Zeit für mich, abtauchen. Ja, also das kann ich alles nochmal auch wiederholen, jetzt das Thema Push-Nachrichten, auch wenn es offensichtlich klingt, ich kenne Leute, wenn die zu mir kommen, dann vibriert ständig ihr Phone und ich denke mir, wie kann man so leben? Also dass ständig bei jeder Nachricht ein Ton im schlimmsten Fall sogar noch entsteht oder eine Vibration. Ich habe zum Beispiel seit iPhone diese Funktion eingeführt, hatte diesen Mond. Also ich bin auch jemand, der nicht gerne angerufen wird, ungeplant. Deswegen, das hat auch mein Leben extrem verbessert, dass einfach niemand mich anrufen kann. Also ich habe auch schon seit acht Jahren oder so keinen Werbeanruf mehr gekriegt, was auch super schön ist. Aber auch sonst, wenn Leute einfach anrufen, dass ich dann eben zurückrufen kann, wenn ich Zeit habe. Das finde ich auch mega, mega schön, wenn ich mir selbst sage, ich habe nicht Zeit. Und eben einfach im Allgemeinen diese Informationsdiät, wie Tim Ferriss, Tim Ferriss, die damals in seinem Buch die Vier-Stunden-Woche beschrieben hat, dass die, also die Informationen, die wirklich relevant sind, die kommen sowieso zu dir irgendwie. Also ob du es, ob du es willst oder nicht. Also spätestens bei Corona hat jeder gemerkt, dass auch wenn du irgendwo gewohnt hast, im letzten Wald, also irgendwann hast du es wahrscheinlich trotzdem erfahren durch irgendjemanden. Und das ist immer schon so gewesen. Und das rundet wirklich auch nochmal die Frage ab, weil das hat jetzt nichts nur direkt mit Social Media zu tun, sondern eben mit der übergeordneten Frage, wie habe ich mein eigenes Leben systematisiert und mein eigenes System-Design kreiert. Ja, und die Medien bedienen sich auch der Sozialmedien. Alles findet ja mittlerweile darauf statt, deswegen kann man das ja kaum noch trennen. Und deswegen meinte ich, glaube ich, wir müssen an vielen, vielen Punkten ansetzen, um dann eben passend natürlich Chainless, also wieder ohne Ketten unterwegs zu sein. Ich habe eine Abschlussfrage auch jetzt wieder auf das Thema Tech zurückzuführen, um wirklich jetzt auch wirklich zu sagen, so hey, wie können wir diese Unternehmen nochmal kritischer sehen und vielleicht auch uns selbst nochmal die Frage stellen, was wollen wir da unterstützen? Und zwar, wenn ich so die Sachen von dir lese, dann habe ich das Gefühl, dass du schon auch das Gefühl hast, dass eben die Tech-Unternehmen ganz bewusst auch viel manipulieren und uns da reinziehen. Und wenn ich jetzt aber so die letzten Interviews von Mark Zuckerberg anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass der Typ zumindest, so wie er wirkt, immer noch so diese ganz naive Einstellung hat, ich will einfach Leute connecten. Also irgendwie ist das immer noch so sein Traum und ich frage mich manchmal so, wurde vielleicht auch sein Traum gehijackt von einer Maschinerie, die er selbst nicht mehr unter Kontrolle hat oder ist er einfach ein verdammt guter Schauspieler oder was auch immer. Also ich habe einfach das Gefühl, wenn ich ihm zuhöre, er wirkt sehr sympathisch und sehr aufrichtig auf mich mit dem, was er sagt. Und deswegen ist so meine Frage an dich, das ist natürlich eine sehr schwere Frage, weil du ja auch sagst, hey, ich glaube, dass wir da noch zurückkommen, aber gibt es für dich auch irgendwo einen Point of No Return, wo wir alle uns bewusst machen müssen, dass es auch einen Punkt gibt, wo es wirklich nicht mehr zurückgeht, wo wir wirklich in diesem Ding dann drin sind und vielleicht sogar vergessen, dass es draußen Bäume gibt. Also so ein bisschen so diese Matrix, wenn man so will. Also ich glaube, es ist eine Frage, wenn man sie beantworten möchte, aus unterschiedlichen Fragen zu stellen ist. Es geht nämlich um die, grundsätzlich erstmal die Frage, wie mächtig darf ein Social Media Unternehmen werden? Das ist eine politische Frage, die durchaus ja von so vielen Regierungen rund um den Globus eben Kopfzerbrechen bereitet, denn dort hast, du hast jetzt Zuckerberg und Meta angesprochen, ich meine, auf einer Meta-Plattform sind über drei Milliarden Menschen unterwegs. Ja, so Facebook, Instagram und WhatsApp, über drei Milliarden Menschen haben einen Meta-Account. So und damit, damit hast du ein Unternehmen, was supranational agiert und damit teilweise mächtiger ist als manche Regierung der Welt, weil sie entscheiden können, was auf der Plattform stattfindet. Wenn die Policy-Making-Team irgendwie sagen, so ab morgen darf bei uns auf der Plattform oder folgendes nicht mehr gesprochen werden, können die das entsprechend beeinflussen. Das heißt, das ist ein politischer Moment und eine Perspektive, die, glaube ich, gezogen werden muss, um deine Frage zu beantworten. Wenn wir mehr auf das Individuum zu sprechen kommen, wo ist der Point of no return da? Wie will man definieren? Den kann man natürlich einmal definieren, indem man sagt, okay, es geht um wirklich Gesundheit. Das heißt, dann wäre natürlich ein Punkt, den du nicht überschreiten wolltest, ist natürlich, dass ich aufgrund meiner Nutzung krank werde. Wir sprachen am Anfang darüber, dass momentan diskutiert wird, wie können wir das am besten operationalisieren? Gibt es so etwas wie Social-Media-Abhängigkeit, ja oder nein? Wie wir das jetzt für die Computerspielstörung wissen. Aber selbst dann, glaube ich, gibt es einen Point of Return. Den gibt es natürlich, weil du kannst dich behandeln lassen und dann eben versuchen zu gesunden. Aber ich glaube, das Problem, was wir haben, ist, dass wir Medien haben, die omnipräsent sind, die rund um den Globus so viele Milliarden Menschen in den Bann ziehen, die auch ein Stück weit überwertig mittlerweile in unseren Alltagen sind und auch zunehmend mehr, im Sinne ja einer Entwicklung zum Internet der Dinge her, immer mehr auch in Nischenbereiche des Lebens vordringen. Und ein Point of No Return, den ich mir wirklich vorstellen würde, ist, wenn wir eine komplett digital vernetzte Gesellschaft haben, in dem es wirklich keinerlei analogen Rückzugsraum mehr gibt. Dann haben wir, und da gehen dann Gefahren mit anher. Die kann man diskutieren rund um persönliche Wellbeing, die kann man aber auch diskutieren als Überwachungskapitalismus oder dass man wieder den viel zitierten Orwell aus der Kiste zieht mit 1984. Dass wir keine Rückzugsräume mehr haben, in denen auch Privatheit stattfindet. Das sind große Güter, die, glaube ich, viele von uns zuvor schnell irgendwie weggeschmissen haben. Die sagen, ist mir doch egal, dass ich auf Social Media unterwegs bin, dass die alles über mich wissen. Die wissen auch über alles. Ja, aber das ist der falsche Ansatz. Das kann ja nicht der Anspruch sein, dass wir Gesellschaften haben, in denen alles, was wir machen, aufgezeichnet, getrackt und verwendet wird. Das sind für mich völlig dystopische Szenarien, die es zu verhindern gilt. Aber du glaubst schon auch, dass eben die CEOs von diesen ganzen Unternehmen, eben Zuckerberg etc., dass die schon auch wollen, dass es nicht so weit kommt. Also, dass die schon nicht so kurzsichtig sind, dass sie das im Auge haben. Weil eben, wenn ich dem zuhöre, dem Mark, habe ich das Gefühl, dass er schon sich bewusst darüber ist, welche Gefahren es hat und dass er da auch mitarbeiten will. Aber das ist halt das, was ich nie weiß am Ende des Tages, weil Shareholder Interest etc. kommt ja auch wieder dazu. Also, man muss ja mal festhalten, also Mark Zuckerberg ist ja ein intelligenter Mann, der geschult ist und schon weiß, was er sagen muss. Davon müssen wir ausgehen an der Stelle. Der hat einen riesen Berater-Circle da hinter sich und der weiß, wenn er ein falsches Wort wählt, dass das Einfluss auf seinen Aktienkurs haben kann und den nächsten Skandal hervorbrechen könnte. Das heißt, wir können ihm jetzt glauben und sagen, er hatte mal die Idee, die Welt zu einem besseren Ort zu machen durch die sozialen Medien und jeden Menschen, wie er gesagt hat, mit einer Stimme zu versehen. Nur, so naiv ist er auch nicht, da wirklich ernsthaft daran zu glauben, denn gucken wir uns mal die Realitäten an. Ja, theoretisch kann jeder eine Stimme haben dort, wenn er nicht irgendwie Hausverbot bekommt auf der Plattform. Aber es wird auch nicht jeder gleich gehört. So, Michael, wir können dir deine Accounts angucken und meine Accounts. Wer hat mehr Follower? Wer hat mehr Reichweite? So, das heißt, nicht jeder, nur weil er dort ist, hat auch eben die gleiche Reichweite und den gleichen Impact. Das ist ja schon mal der erste Punkt, der in dem Satz überhaupt gar nicht fällt von Mark Zuckerberg. Das zweite ist, auch Mark Zuckerberg, genauso wie Elon Musk und die aktuellen Tech-Juggernauts wissen alle eins, das Datengeschäftsmodell ist das Modell, was denen richtig die Hosentaschen voll macht. So, und wenn es das nicht mehr gibt, wie verdienen die ihr Geld? So, die Tech-Industrie will kein Abo-Modell. So, das wollen sie nachhaltig nicht. Sie argumentieren damit und sagen, das wollen die Leute nicht, was zum Teil tatsächlich stimmt. Wir sehen das bei uns in den Daten auch, dass 50 Prozent ungefähr sind keine repräsentativen Erhebungen, sagen leider, wir wollen nicht für die sozialen Medien zahlen. Das ist aber meines Erachtens etwas, wo wir auch erklären müssen, warum das besser wäre und warum wir Alternativen brauchen, die besser sind als das, was wir jetzt sehen. Aber Mark Zuckerberg weiß doch, wie er Geld verdient und dass sich das Modell beißt mit eigentlich dem Plan, eben eine Plattform zu bauen, die was Gutes für die Menschheit bewirkt. Dann würde ich sagen, haben wir da einfach einen großen Job, nicht nur als Individuum, sondern auch in unserer Politik und einfach auch bewusst als Arbeit. Also deswegen habe ich dich hier auf einen Podcast geholt. Ich bin jetzt zwar auch kein Millionen-Podcast hier, aber wir haben doch sehr stolze Zahlen und auch Leute, die wirklich zuhören bis zum Ende und ich hoffe, sie haben jetzt auch bis zum Ende zugehört, Christian, weil das Gespräch hat mich persönlich sehr berührt, auch irgendwo einfach zu merken, wie gewissenhaft du bei deiner Arbeit vorgehst und dass du da wirklich auch auf allen Ebenen irgendwo versuchst, den für dich größten Hebel zu generieren und deswegen danke ich dir für dieses Gespräch und für deine Arbeit. Ja, es freut mich sehr, Mischa, dass ich die Möglichkeit hatte, hier mit dir zu reden und hoffe, dass die Zuhörenden einiges mitnehmen für sich und auch nochmal reflektieren darüber und das geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt ein generelles Bashing machen und sagen, hey, die sozialen Netzwerke sind nur schlecht, sie sind attraktiv aus vieler Hinsicht und ich finde, wir können es auch der Industrie jetzt nicht verübeln, dass sie Geld verdienen wollen. Das ist auch erstmal ja legitim, dass man ein Unternehmen gründet und sagt, hey, wir sind einfach erfolgreich in dem, was sie tun. Nur ich finde auch, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir eine Industrie haben, die so gigantisch groß ist. Wir reden nicht über das nächste Unternehmen hier um die Ecke, Tante-Emma-Laden oder irgendwas, sondern man sagt ja, with great power comes great responsibility. Wir haben hier supranationale Konzerne, die weltweit operieren, wo sich Millionen Menschen, Milliarden Menschen austauschen und die müssen logischerweise nach anderen Spielregeln behandelt werden, als jetzt sehr, sehr kleine Unternehmen, gerade weil die Verantwortung eine ganz andere ist. Word.